Wir sind schon fast am Ende unserer Sendung. Zum Schluss bringen aber Terry and the Hot Sox nochmal einen Huch von 700 Jahren für Atvera. Die originellste und verrückteste Rock'n'Roll-Band der Schweiz mit Papa Del, Terry and the Hot Sox. Hey, aufgepasst, Leute! Jetzt geht die Post ab mit der Story von Wilhelm Town! Papa Del, Papa Del war ein großer Held. Papa Del ist bekannt auf der ganzen Welt. Papa Del traut den Appel ganz genau. Das war eine Show. Papa Del, Papa Del hat sich nie rasiert, aber er hat im Leben viel riskiert. Papa Del spendet nur für die Natur und für die Gefahr. Cheerio, Cheerio rief die ganze Schweiz vom Basel bis zum Gepersee. Cheerio sagt der Schiller auf seinem Salz, der Telltang ist okay. Papa Del, Papa Del, Papa Del, Papa Del, Papa Del, Papa Del, Papa Del war ein großer Held. Papa Del, bekannt auf der ganzen Welt. Papa Del traut den Appel ganz genau. Papa Del, 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 Papa Del Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020